Passiert also insgesamt noch nicht allzu viel. Jetzt erst mal Svetlana Chorkina, ebenfalls aus Russland. Ein eminent Tor, Tchukaharaman Fank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dreifachschraube, eine exzellente Vorstellung von Svetlana Chorkina, die auch den Beifall des Publikums findet. Anmutig die Art, wie sie Boden turnt. Man hat den Eindruck, als wäre sie schon in den Himmel gewachsen im Vergleich zu ihren Konkurrentinnen. Dabei ist sie doch auch nur 1,51 Meter groß, aber fast einen Kopf größer als der Rest der Konkurrenz. Und da wirken natürlich vor allem die Schraubenbewegungen sehr elegant. Auch dieser gestreckte Vorwärtshalter und Schrittstellung. Das Bodenturnen gehört zweifelsohne zu ihren ganz großen Stärken. Und hier sah man in dieser Zeitlobmeinstellung auch die exzellente gymnastische Ausbildung. Ballettunterricht gehört selbstredend bei den Kunsthörnerinnen.